Hallo zusammen, ich bin Ghazi. Hallo zusammen, ich bin Glüthi Nicole. Hallo zusammen, ich bin Corinne. Mein Name ist Nicolas Sigrist. Ich bin der Leiter hinter einem Projekt Film, der das Ganze koordiniert. Ich schreibe mit zwei anderen zusammen die Story und dann auch eine kleine Rolle im Film unternehmen. Bei der Storygruppe muss ich Geschichte schreiben und bei der Werbunggruppe muss ich Werbung machen und auch vor der Filmpremiere Werbung machen. Das Projekt kommt ursprünglich von Herrn Sigrist. Es geht darum, dass wir einen Film machen und wir hoffen, dass wir Ende Jahr fertig sind. Es ist freiwillig, also in der Freizeit. Über das Projekt selber, es ist einfach so, jemand hatte die Idee, einen Film zu machen, dann haben wir uns anmelden, zusammensetzen und darüber geredet und wir haben das alle eine super Idee gefunden. Und ja, jetzt machen wir einen Film. Es gibt verschiedene Gruppen und ja, es macht euch Spass. Also es geht um eine Gruppe von Mädchen. Eine Clique. Und die wohnen sozusagen zusammen, weil sie keine Eltern haben und so. Und es geht darum, dass sie dann durch mysteriöse Art und Weise da Unheil hochbeschwören, was dann so ein bisschen Platz nimmt in dem Internat und sowas. Und dann passieren gewisse Vorfälle und es verschwinden Leute und es ist sehr mysteriös. Es passiert etwas Schlimmes und dann verschwinden immer Leute und es geht eher in Horrorrichtungen. Wenn der Film fertig ist, gibt es eine Premiere mit roten Teppich und die, die Lust haben, schauen können. Wir machen eine Filmpremiere und dann natürlich im Internet ein bisschen präsentieren und auch Werbung machen. Und wenn es gut rauskommt, dann machen wir es weiter. Wir machen sicher eine Filmpremiere und ich glaube auf YouTube kommt er auch. Also ja, könnt ihr euch alle anschauen. Wenn ihr mehr von dem Projekt wissen wollt, dann könnt ihr auf Facebook schauen unter Projektfilm. Wir haben auf Facebook eine Seite Filmprojekt und es wäre super, wenn wir dort noch mehr Links bekommen würden. Genau. Ja, weiterhin unterstützen und ich hoffe, dass der Film gut auskommt. Cool. Ja, ich hoffe, dass alle schön mitmachen, den Film anschauen und ja, fände es super. Das ist eine super Sache und unterstütze ich doch das ein wenig. Ja, das ist richtig. Bye, bye. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Was denken wir bei den Filmpremieren? Werden dir im Smoking erscheinen? Oder wie sagt ihr das? Es kommt ganz darauf an, was die Facebook-Gemeinde meint, was ich anziehen soll an der Filmprämierung. Okay, ihr meint doch auf Facebook, was ihr dazu meint? Kommentiert unten auf dem Video, was ich anziehen soll an der Filmprämierung. Also, und? Und was die anderen anziehen sollen. Okay. Tschau, Zellen!